KULTURJOURNAL Alfred Dorfer kann auf ein großes Schaffenswerk blicken. Der Kabarettist und Schauspieler schuf Programme wie Badeschluss und Bis Jetzt, stand für Filme und Serien wie Indien, Muttertag, Poppits und MA2412 vor der Kamera und war sieben Jahre lang mit seiner Satiresendung Dorfers Donnerstag im Fernsehen zu sehen. Nun zum 40-jährigen Bühnenjubiläum wartet Alfred Dorfer mit einem neuen Soloprogramm auf. Es heißt gleich, hören Sie gleich Alfred Dorfer im ausführlichen Gespräch. Und morgen starten im Wiener Filmcasino die japanischen Filmtage. Das sind unsere Themen. Jakob Fessler führt Sie durch das heutige KULTURJOURNAL. Ich habe zum ersten Mal vor vier Tagen Tschüss gesagt. Aber die Betonung ist wichtig, die Terz. Tschüss. Tschüss. Du musst aber deppert schauen, dabei sonst gült es nicht. Tschüss. Ein Ausschnitt aus Alfred Dorfers neuem Kabarettprogramm, das zwar nicht Tschüss, aber gleich heißt und somit wieder einen gewohnt kurzen Titel trägt. Das neue Solo feiert heute Abend im Treibhaus Innsbruck-Premier. Wie schon die letzten Programme wurde auch gleich vorab in Deutschland aufgeführt und kommt nun nach einigen Monaten Vorlaufzeit auf die österreichischen Bühnen. Große Wien-Premier ist dann am 18. Oktober im Wiener Stadtsaal. Alfred Dorfers neues Ein-Personenstück schafft Raum für zahlreiche große Themen und Probleme der Gegenwart dabei. Von Armut und Ausgrenzung über neoliberale Selbstgefälligkeit bis zur gefährdeten Demokratie. Und gleich ist eben ein Jubiläumsprogramm zum 40-jährigen Bühnenjubiläum des Kabarettisten, der eher durch Zufall zu seiner Kunst gekommen und dabei geblieben ist. Für mich war klar, ich bleibe nicht in diesem Beruf und deswegen war ich da relativ gelassen, weil ich mir ganz sicher war, es ist ein bisschen wurscht, ob ich da jetzt reüssiere oder nicht. Und da bin ich mitgewachsen, sagt Alfred Dorfer. Meine Kollegin Judith Hoffmann hat den Kabarettisten zum Gespräch getroffen. Alfred Dorfer, die obligate Einstiegsfrage natürlich drei Tage nach der Wahl. Hat Sie das Ergebnis überrascht? Nein, es hat mich überhaupt nicht überrascht. Es hat mich nur eigentlich überrascht, der Abstand zwischen Ersten und Zweiten. Ich dachte mir, das wird knapper werden oder sogar durch das Hochwasser. Wir wissen ja, es gab einmal einen Kanzler in Deutschland, der durch das Hochwasser die Wahl gewonnen hat gegen Angela Merkel. Das heißt, es ist für mich eigentlich nur der Abstand zwischen Eins und Zwei überraschend. In Ihrem Programm hat das bis jetzt wieder keine Auswirkungen gehabt, auch der Vorwahlkampf nicht. Also wie schon zuletzt haben Sie die Tages- und Parteipolitik fast ganz draußen gelassen, bis auf wenige Ausnahmen. Wird sich das jetzt ändern, auch mit dem Übersiedeln von Deutschland nach Österreich? Das wird sich überhaupt nicht ändern, weil ich glaube, dass Satire nicht dazu da ist, Aktualität abzubilden. Das ist auch dem geschuldet, dass die Medien immer schneller werden und wir da hinterher hoppeln würden. Das heißt nicht, dass wenn das jemand macht, dass sich das schlecht findet, aber für mich ist es, da ich es ja beim Donnerstag eh ein Jahrzehnt gemacht habe, ich sehe mich als eher jemand, der von der Aktualität weggeht und allgemeine Bögen zeichnet. Diese Tradition, dass Sie zuerst einmal ein paar Monate lang Kabarett machen und dann erst Kabarett mit einer großen Österreich-Premiere, die haben Sie seit 2006, glaube ich. Ist das deutsche Publikum härter im Nehmen am Anfang oder ist es gefälliger oder warum eigentlich? Ich glaube, der Grund ist relativ banal. Einerseits ist es Bequemlichkeit, das heißt, ich habe dort meine Ruhe, ich habe den schönen Zustand in Deutschland, dass mich auf der Straße niemand kennt und die Theater voll sind. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, weil ich ja nicht gerne eine öffentliche Person bin. Aber ich habe es natürlich gern, dass die Leute das Theater fühlen. Und das ist der Zustand, den ich in Deutschland seit vielen Jahren habe. Und so kann ich mich dort in Ruhe vorbereiten, abgesehen davon, dass ich einen wirklich sehr guten Freund habe, der das Lustspielhaus leitet in München und dem ich sehr verbunden bin. Sie sind wieder nicht als Kabarettist im herkömmlichen Sinn, sondern als Schauspieler im Ein-Mann-Kabarett-Theaterstück unterwegs auf mehreren Ebenen. Die Rahmenhandlung ist so eine Smart City für alte Leute, die im Entstehen ist und dort soll Ihr alter Ego als Comedian auftreten. Das altes Ego, ja. Das altes Ego, Sie sprechen es gerade an, es geht im ersten Teil einmal sehr oft um die alten weißen Männer oder überhaupt um ältere Menschen, die dann genauso wenig gut wegkommen wie die Jungen. Was war denn da zuerst? War da zuerst die Struktur? Waren zuerst die vielen Themen, die da rein mussten? Also wie hat das eine das andere ergeben? Ich möchte betonen, es geht bei dem Stück nicht um die Probleme alter Männer, sondern eher um Probleme mit alten Männern. Mich hat fasziniert die Parabel oder der Bogen, dass man sagt, was passiert, wenn man versucht, eine gewisse Schicht auszuschließen. Und da wir das Paradoxon haben, dass das normalerweise mit Schichten passiert, die arm sind, hat mich interessiert, dass man sagt, man nimmt die Alten her, die ja immer nur die Reichsten sind, die Zahlungskräftigsten sind und die auch die Wahlen entscheiden. Und dennoch aber sind sie teuer, betreuungsintensiv und lästig. Aber ich möchte noch mal betonen, eigentlich ist das nur so wie bei uns. Bei uns ging es ja auch nicht de facto um den Umzug oder um Wohnungssituationen, sondern mich reizt es immer sehr, eine sehr allgemeingültige Grundsituation herzustellen, wo ich überall hin ausströmen kann. Der potenzielle Arbeitgeber schaltet sich immer wieder zu, aber auch ein Haustechniker namens Ischtwan, der dann auch gleich die Lichtregie übernimmt und ein Hotelportier auf der leeren Bühne, wie so oft. Also sie halten es wieder mit dem Theatro Povero und mit Peter Brooks, mit dem leeren Raum, aber bauen viel mit Soundbett und mit Licht. Wie? Es ist so, prinzipiell faszinieren mich am Theater nur zwei Formen wirklich. Die Povero-Form, das heißt, wenn man sagt, ein Mensch steht auf einer leeren Bühne und kann eine Welt erschaffen, wenn er es kann. Oder man nimmt dann wirklich die opulente Form, nämlich die Oper. Und in dem Fall ging es mir darum, das ist zwar nicht möglich, aber fast Figuren simultan werden zu lassen. Sodass man sagt, man lässt die Menschen, die Figuren, die Personagen ineinander fließen, sie lösen sich ab, sie verschwimmen zueinander, um so ein Kalidoskop zu schaffen von einem Gesellschaftszustand. Weil wir in einer Zeit leben, die transformativ ist und auch überblendet und nicht mehr linear funktioniert und auch nicht nebeneinander funktioniert, sondern einfach immer wieder in sich fließt. Sie machen das aber mit einem unglaublichen Tempo, auch mit einem großen Tempowechsel, Rhythmuswechsel immer wieder. Diese teilweise Überforderung, ist das auch ein Mittel zum Zweck? Ja, weil ich selber diese Überforderung spüre im Alltag. Und ich glaube, das ist ein Seelenzustand, den fast alle Menschen, zumindest in den entwickelten Ländern haben, der auch krank macht. Ist jetzt das Übel mit seiner Wurzel bekämpfen so eine Strategie Ihres Programms? Ich denke, dass ich die Leute abhole bei ihren Sehgewohnheiten. Du kannst natürlich auch ein sehr langsames, getragenes Stück machen. Das hat zwei Nachteile. Erstens, mir ist das Pfad. Und daher wird sich diese Pfad jetzt aufs Publikum übertragen. Und zweitens, entspricht es überhaupt nicht bei dem, wo wir stehen. Thematisch ist es eine altbekannte und auch ganz neue Mischung, aber aus bekannten Themen. Und ich habe mir im Zuge der Vorbereitung unser Gespräch zu UND wieder angehört. Und festgestellt, man könnte fast alle Themen noch einmal aufgreifen oder sogar noch verstärkt aufgreifen. Also wenn Sie damals gesagt haben, dieses Links-Rechts, das funktioniert ja offensichtlich nicht in der Politik. Wir brauchen die Vernunft stattdessen. Und jetzt als Schlussplädoyer Ihres neuen Programms so fast höflich anregen, ob man nicht die Demokratie wieder einführen wollte. Wie viel Pessimismus ist da dabei? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin prinzipiell kein pessimistischer Mensch, sondern ein realistischer Mensch, weil ich glaube, dass das, wenn man auf die Bühne geht und Satire macht, der einzig richtige Standpunkt ist. Für mich nicht prinzipiell. Wir sehen ja jetzt auch, wo das Wahlergebnis so frisch ist, dass eigentlich die Ideologien gescheitert sind. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass links und rechts besser oder schlechter sind, sondern dass diese Zeit verdämmert ist. Und das Erstaunliche für mich ist, dass ganz viele Menschen, die links oder rechts sind, das noch nicht verstanden haben. Dass hier mehr oder weniger atavistisch festgehalten wird an ideologischen Konzepten, die keine Lösungen anbieten für die Probleme, die wir jetzt haben und vorhin haben werden. Psychologen werden sicher erklären können, warum das so ist. Und Psychologinnen, ich kann mir das nicht erklären. Und ich habe aber versucht, in diesem neuen Stück etwas zu machen, was in der Satire vollkommen unüblich ist, auch im Kabarett unüblich ist. Nämlich, ich habe am Schluss einen Vorschlag, wo manche wahrscheinlich die Augen verdrehen werden, weil er relativ simpel ist. Ich möchte jetzt verraten, was es ist, aber es ist wirklich eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung an den Menschen, an die Menschen, wo es jemand der Artikel stört. Weil ich glaube, dass es ohne dem in diesen Zeiten, die auf uns zukommen, nicht mehr geht. Das ist vor allem auch eine Liebeserklärung an Kinder. Ich glaube, das darf man auch sagen. Und an den kindlichen Blick auf die Welt. Und dazwischen sparen aber auch Sie die großen Themen aus. Also ja, Armut, sich etwas nicht leisten können, kommt natürlich vor, immer wieder, aber auch sehr wohl dosiert. Die großen Kriege sind nicht da. Die Klimakatastrophe ist so ein bisschen angeschnitten. Wenn man so die handfesten Probleme hernimmt mit den Ängsten und existenziellen Ängsten, ist das auch ein bisschen auf die Seite geschoben. Warum? Die großen Themen kommen bei mir nicht explizit als Nummer vor oder als Blog, sondern werden immer wieder eingestreut. Mir ist Holzhammer-Kabarett wirklich, wirklich anstrengend. Und dadurch, dass ich so viel in Deutschland unterwegs bin, wo das, glaube ich, herkommt, umso anstrengender wird mir das. Das heißt, ich glaube, dass es sehr viel besser möglich ist, die Themen immer wieder hinein zu transportieren, in drei Sätzen sie wieder zu verlassen und wieder aufzugreifen. Wie das Klimathema, das passiert. Es passiert aber auch im Nebensetzen, was die erste Erfindung des Kapitalismus war und was eigentlich der Ausgangspunkt dieses Krieges war, also dieses Verteilungskrieges. Langsam kam er Kapitalismus ins Rollen und seine erste große Erfindung war die Mauer, der Zaun. Mit dieser Einfriedung hat der Krieg begonnen. Und Eigentum hieß nicht mehr primär, das gehört mir, sondern das gehört dir einmal sicher nicht. Und das ist für mich ein hochpolitischer Blog, der von Uranus bis Sozialdemokratie geht. Wenn Sie die nächsten Monate an Vorstellungen, an Aufführungen so vor sich haben und auch die Art, wie Sie mit dem Publikum interagieren, wie nebenbei das Gedöns und Getöse der Weltpolitik vorbeirauscht, was schreckt Sie am meisten? Wovor haben Sie den meisten Respekt? Also was bedrückt Sie auch am meisten? Mich schrecken die Kräfte, die die Gesellschaft auseinander treiben. Und ich glaube an den einfachen Satz, man sollte nicht überall eine Verschwörung dahinter vermuten, wenn einfach nur Dummheit vorliegt. Also das ist etwas, was mich wirklich, wirklich berührt. Dieses Verschwinden von, was ist die gemeinsame Ebene, trotz unterschiedlicher Ansichten. Und das haben ja unsere Politikerinnen und Politiker jetzt sehr schön vorgelebt, dass sie das nicht können. Was mir wieder Hoffnung gegeben hat, war, dass es doch noch einen sehr aktiven und sehr, sehr vitalen Kern an Hilfsbereitschaft gibt nach diesem Hochwasser. Und da ich ja ohnehin der tiefsten Überzeugung bin, sage ich immer wieder, dass die Hauptarbeit eines Satirikers, einer Satirikerin ja nicht auf der Bühne stattfindet, sondern darin zu versuchen, in der restlichen Zeit das, was man kritisiert, auch zu verbessern. Und da ich weder einen Brunnen graben kann, noch ein Haus auspumpen kann, noch Menschen vom Berg retten kann, kann ich nur das, was ich verdiene, mit meinen geringen Fähigkeiten quasi transformieren für karitative Zwecke. Und das sehe ich als meine Hauptaufgabe. Sagt Alfred Dorfer im Gespräch mit Judith Hoffmann. Mit seinem neuen Soloprogramm gleich ist der Kabarettist ab heute im Innsbrucker Treibhaus, ab 18. Oktober im Wiener Stadtsaal, ab 15. November im Grazer Orpheum und ab 28. November im Linzer Prosthof zu erleben. Themen wechseln noch vom Kabarett zum Film. Ab morgen finden im Wiener Filmcasino bereits zum achten Mal die japanischen Filmtage Wien statt. Japanwell, so der Titel der alljährlich stattfindenden Veranstaltung. Bis zum 9. Oktober werden 30 Arbeiten aus dem zeitgenössischen japanischen Kino gezeigt. Der Fokus liegt aber hauptsächlich nicht auf großen Regienamen, sondern vor allem auf kleineren Independent-Produktionen, die es hierzulande sonst kaum zu sehen gäbe. David Baldinger mit einer Vorschau auf das Festival. Eine Schulklasse in Japan. Die Kinder sitzen wie mit dem Lineal gezogen an ihren Plätzen. Da kommt aus dem Lautsprecher eine Durchsage. Die freundliche Stimme kündigt einen Erdbebentest-Alarm an. Was können wir als Schulklasse machen, fragt sie. Die making of a Japanese, wie man einen Japaner, eine Japanerin macht, ist der Eröffnungsfilm des Festivals. Eine Gebrauchsanleitung zum besseren Verständnis der japanischen Gesellschaft als programmatischer Auftakt. Jemand hat in einer Kritik über den Film geschrieben, mir das wahnsinnig gut gefallen. Es fühlt sich an wie Full Metal Jacket, nur mit Kindern, die ein Musikstück üben. Sagt Festivalleiter Georg Schneider. Und es ist wirklich der Terror, dass man an der richtigen Stelle Bing macht, wird wunderbar rübergebracht. Und dann auch natürlich die Tragik, es nicht zu schaffen, aber auch dann vielleicht doch durch Lehrer, Lehrerinnen dorthin gebracht zu werden, dass man es doch schafft. In Schuluniform und strenger Choreografie findet sich da die Klasse auf dem Schulhof ein. Es gibt morgendliche Turnübungen, die anmuten wie Miniatur-Militärparaden. The Making of a Japanese stößt die Tür ins Festival weit auf. Das Japanual versteht sich als sorgfältig bestückte, cineastische Bento-Box des aktuellen Filmgeschehens Japans. Das ist das Spannende und Lustige am Programmieren, dass man halt diese Welt schafft. Diesen Überblick, den wir über das japanische Kino geben, ist natürlich nur ein Teil. Einen anderen Teil findet man bei der Venale. Da findet man die größeren Namen, die Preisträger. Bei uns findet man ein differenzierteres Programm. 140 bis 150 Filme sichtet Georg Schneider jedes Jahr. 30 davon schaffen es nach Wien. Mit einem Festivalpass kann man alle Filme sehen. Parallelprogrammierungen gibt es keine. Das sommerliche Zirpen der Grillen begleitet das Mädchen Hinoki auf dem Weg in die Kaffee-Rösterei ihres vor kurzem verstorbenen Vaters. Der versorgte kleine Kinos mit seiner Koffeinkunst. Als ein Freund sein Tagebuch vorbeibringt, beginnt für Hinoki ein Roadtrip entlang der Duftnoten ihres Vaters. 11. Juli. Ein großer Kaffeefilter. Sitznummer D6. Kaffee und ein Duft, der mich glücklich macht. Ein Augenblick des Glücks. Dieser Tagebucheintrag wird zur Hinokis Schatzkarte. In einem der in Japan allgegenwärtigen, luftdicht, verschliessbaren Plastiksackerl sammelt Hinoki die Komponenten des väterlichen Odeurs, in der Hoffnung, ihn nicht ganz zu verlieren. Das Herzstück ihrer Sammlung, die Schürze ihres Vaters, deren Duft sich allerdings langsam verflüchtigt. Der Herdpulon ist ein bisschen schmerz. Es ist schwierig, dass es perfekt zu erinnern ist. Regisseurin Kahori Higashi erzählt langsam, gern in sepia gefärbten Bildern. Der Film spielt auch mit der Aura des analogen Japans. Er erzählt von verschwindenden Programmkinos und dem individuellen Klang von Kassetten. Er bricht mit dem Klischee des hypertechnologisierten Japan. Japan ist an vielen Orten technologisch derart rückständig, dass wir uns oft nur wundern. Ein gutes Beispiel ist, ich glaube, die Faxzeit hat in Japan vor gerade mal fünf Jahren geendet. Selbst in der Anfangszeit von Japaniel wurden wir noch aufgefordert, Faxe zu schicken, was bei uns nur Kopfschütteln erzeugt hat. Sagt Georg Schneider, dem es ein Anliegen ist, mit seiner Programmierung gängige Japan-Stereotypen zu durchbrechen. Memories of Ascent ist einer von zwei Filmen der Regisseurin Higashi, die ebenso beim Festival zu Gast sein wird, wie die Hauptdarstellerin des Films Super Happy Forever Naidu Yamamoto. Es ist schon so, dass wir einen Fokus auf Frauen, Filmemacherinnen in Japan legen wollen. Immer schon eigentlich, weil gerade in Japan ist es doch noch immer eine sehr schiefe Ebene. Super Happy Forever führt durch eine traurig sentimentale, multiperspektivische Liebesgeschichte. Teil 1 gehört einem Mann, der an den Ort seiner ersten Begegnung mit seiner künftigen Frau zurückkehrt. Teil 2 erzählt dann aus der Sicht der Frau. Dadurch, dass er den traurigen und verbitternden Ist-Zustand zuerst zeigt und dann erst Verständnis dafür zeigt, dass Menschen verbittert sein können, wenn sie etwas verloren haben, was ihnen viel bedeutet hat, geht es weniger in die Richtung Sentimentalität, als in die Richtung die Gegenwart, solange sie glücklich ist, zu schätzen. Japan-Url, Ausgabe Nummer 8, stellt A1000 neben Mainstream. Es gibt grelle Manga-Verfilmungen neben Schwarz-Weiss-Arbeiten. Zum Darüberstreuen wie eine Prise Dashi-Pulver bietet das Festival Kulturvermittlung mit einem Vortrag zu Sake inklusive Verkostung oder einem Workshop rund um das traditionelle Brettspiel Go. Eine Woche Japan also, nicht nur für die Augen. Berichtet David Baldinger. Und die japanischen Filmtage Wien beginnen morgen und dauern bis zum 9. Oktober. Das war ein Kulturjournal. Technik Franz Ahammer, Regie Julia Saarländer, Moderation Jakob Fessler. Schwarz illness Drei